puh down hill schließen wir haben es ein bisschen über die wurzel rüber geschoppt also langsam kriege ich wieder speed aber jetzt vergesse ich jedes mal was man hier bin und sein muss was sonst irgendwie kacke ist mit dem baum hier gibt es so viele schläge nochmal oben lang kann ein bisschen rein scheppert schon gut hier ja ok, das war jetzt nichts hier fahren wir da hin das läuft, das ist cool ich würde ja so gerne da rein dubbeln, aber das ist glaube ich nicht so klug das ist ja in der traversensektion und das ist so mein lieblingsstück und von job nach so nem kleinen quarter hängt in job rein und jetzt kommt ein steinfeld noch nicht ganz geblickt ob man das ganze da springen kann hier hab ich noch keinen blow hoppa hau 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 mach inkle hau Vielen Dank.